Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelton. Unser Thema nochmals ein Einblick ins geheime Züchtungslabor für Schnittrosenzüchtung bei David Austin Roses. David Austin versucht mit riesigem Aufwand Schnittrosen zu züchten, die den Charme der englischen Rosen haben, die gefüllten Blüten und den Duft und die Haltbarkeit, die bei Schnittrosen notwendig ist. Schauen Sie rein. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017